Und give you up, and give you up, and give you up, I can give you up Jo, hallo Leute, was geht meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Battle-Videos-Let's-Play Und ja, wir spielen jetzt hier auf der schönen Map, äh, wie heißt sie gleich, die mit der Burg auf jeden Fall Ich hab grad den Namen nicht im Kopf Und, ähm, ja, ihr seht ein komplett neues Outfit am Start hier Guten Tag, das ist Sergeant Bamfucker, mein National Soldier Level 30 Da hat sich in der Zwischenzeit, äh, ja, verdammt, verdammt viel getan Ähm, ich werde euch heute ein bisschen erzählen, was bei mir so in der Zwischenzeit so alles los war Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Thema Und zwar war gestern Valentinstag Applaus, Applaus, äh, Valentinstag die größte Geldmacherei neben Halloween, die es gibt Ähm, klar, Valentinstag ist eine schöne Sache für alle glücklich Verliebten Und, äh, ist natürlich da nett, sich mit Blumen zu beschenken, Pralinen und vielleicht essen zu gehen Oder ins Kino zu gehen Ähm, BFH macht's anders Bei BFH gibt es, ähm, Outfits Und zwar, lol Ja, was wird das jetzt hier Und zwar gibt es in BFH Outfits immer an Valentinstag Ich glaube, seit ich denken kann, gibt es die schon Und zwar ist das hier diese Unterhose, die ihr hier seht Und eine Blume, die dann normalerweise noch so im Mund, äh, ist Also so halt, ne, ist der Bescheid und so Äh, auf jeden Fall höre ich die jetzt nicht an Ich habe heute mal komplette Rot genommen Ich finde, das schaut sogar echt geil aus Vor allem jetzt hier mit der goldenen Battle Riffle Und, ähm, in Kombination mit der goldenen Sonnenbrille Ja, zeig dich nochmal und du bist tot, Mann Was ist er denn jetzt? Ist er abgehauen, oder was? Ach, hier ist jetzt einer, oder was? Äh, bin ich dumm, oder so? Na, egal Äh, auf jeden Fall, äh, gibt es diese Sachen für 4000 Pfunds knapp Und zwar auch nur wirklich zeitlich begrenzt Also wirklich nur für einen Tag Ich weiß nicht, wenn das Video jetzt draußen ist Sollten die eigentlich schon wieder aus dem Store draußen sein Ähm Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, äh, nicht das Beste Das, äh, ist jetzt wirklich nicht das Beste für zwei Items, 4 Euro Aber ich muss sagen, ich habe sie mir jetzt trotzdem geholt Und zwar möchte ich mich dabei meinen Sponsoren bedanken Und zwar in erster Linie bei einem, äh, sehr netten Abonnenten Und in zweiter Linie bei noch einem netten Abonnenten Ähm, es ist einfach unglaublich Von den beiden hatte ich eine PSC bekommen Und dachte mir, da gönne ich mir doch mal diese Fashion-Unterhosen Weil, äh, es schaut echt cool aus, wie ich finde Und, äh, herzlichen Dank Äh, keine Ahnung Es ist einfach wirklich nett, was ich doch für eine coole Community habe Ähm, muss ich wirklich sagen Ich bin ja immer wieder echt ein bisschen erstaunt drüber Dass, ähm, es so nette Leute gibt Die einfach sagen Hier, pass mal auf, hier hast du eine PSC Kauf dir was Schönes Und sei glücklich Finde ich echt nett Und sozial, keine Ahnung Ich hoffe, ich kann euch das mit guten Videos Let's Plays, Infovideos Gameplays und so weiter Wiedergeben in irgendeiner Art und Weise Und, ähm, ja Finde ich einfach klasse Und das war der erste Punkt Das Outfit könnt ihr ja mal bewerten Ich finde es echt ziemlich geil Eigenlob stinkt Aber es ist einfach geil Diese goldene Battle Riffle Dann die goldenen Ringe Die goldene Brille Und die goldene Kette Und dann noch dieser Emote Äh, besser geht's nicht Also, wirklich Hammer Dann möchte ich noch was zu den Drops sagen Wo es eigentlich nur Widgets gibt Da hatte ich ja im letzten Let's Play Battlefield Heroes Part Äh, was zu gesagt Dass, äh, die ja draußen sind und so Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt Noch keinen einzigen geöffnet Das hat sich jetzt, äh, heute, äh, geändert Und zwar hatte ich insgesamt Sechs Drops geöffnet Bei Royals 3, bei Nationals 3 Und insgesamt, äh, habe ich nur Tonics, feierfeste Unterhosen Und Schraubenschlüssel bekommen Ich bin dennoch relativ Happy drüber Weil ich muss sagen Ich hatte es absichtlich gemacht Weil ich brauchte Widgets Gerade für den Helden Und für meinen Royals Sniper Die haben so wenig Widgets nur gehabt Keine, äh, kein Klopapier Keine Tonics Nix mehr Und Last Kill Richtig geile Runde 4-0 haben wir gewonnen Ähm, ich würde sagen Wir hängen noch eine Runde dran Das war jetzt echt cool Ähm, und ich muss sagen Ich bin mit den Drops Eigentlich zufrieden Weil ich war erstaunt Wie viele Tonics ich bekommen habe Ich habe zweimal Tonics Bei meinem National Soldier bekommen Und habe jetzt Davor hatte ich 100 Jetzt habe ich 500 Oder so Äh, oder dreimal Tonics Auf jeden Fall hat man echt An, also wirklich Ausreichend Zeug wieder Jetzt meine Vorräte Wieder aufgefüllt quasi Ähm, gut Ich habe jetzt kein Irgendwie Rare Item bekommen Habe ich auch nicht mit gerechnet Das wäre zwar geil gewesen Zum Beispiel Kitty Ears Oder so 12-2, Alter Was ist denn jetzt los hier? Geiler Shit Ähm Aber, ähm Klar habe ich jetzt echt Nicht mit gerechnet Dass da irgendwie Was für immer bei rauskommt Ähm, ja Dann zu den Indianer Sets Da hat sich jetzt in der Zwischenzeit Auch was getan Und zwar gibt es Die Royal Indianer Sets Auch schon Etwas verspätet Aber sie gibt es Und dieses Pistol Aim Zieht euch das bitte rein Oh mein Gott Äh, und ja Ich weiß nicht Die Indianer Sets Sind immer noch so Ich muss sagen Nicht mehr so Ja, es geht Es gibt bessere Sets Also ich finde meins Persönlich jetzt cooler Indianer passt irgendwie Noch nicht so richtig Im BVB-Fahr Ist halt echt so Ein zweiter Weltkrieg-Shooter Ja Und, ähm Ja, Level Sechser Oder Neuner Ne, Level Dreißiger Fail Ich dachte, mich hätte Andere gekillt Äh, auf Jeden Fall Ähm Muss ich sagen Ich finde die Indianer Sets Es geht Bei den Schatztruhen Muss ich auch sagen Es geht Es gibt bessere Sachen Ich finde die Haare Am Anfang fand ich die auch Irgendwie geil Weil die halt so außergewöhnlich Geil aussahen Aber jetzt bei näherer Betrachtung Muss ich sagen Näh Also das Gelbe vom Ei Ist es nicht so Mein Fall ist es auf jeden Fall nicht Und ich weiß jetzt Warum ich gerade so gut war Weil hier irgendwie nur Low Levels rum Äh Laufen Kein Plan Und ähm Ja Was gibt es noch so zu erzählen Und zwar Äh Gibt es noch ein Thema Was ich so ein bisschen Ansprechen wollte Nur ein bisschen Weil ich wollte Dass ihr da so ein bisschen Eure Meinungen zuschreibt Und zwar geht es darum Was ist besser Schule Oder Arbeiten Ähm Und da will ich kurz Ein Standpunkt von mir Darstellen Äh Kurz sagen Und dann könnt ihr gerne In den Kommentaren Auch was dazu schreiben Würde mich echt interessieren Was ihr Davon haltet Was findet ihr besser Zur Arbeit gehen Halt wirklich arbeiten Wie beispielsweise Eure Eltern Oder jetzt Wahrscheinlich wie ihr Zur Schule zu gehen Bei mir ist es so Äh Ich mache jetzt gerade Eine Ausbildung Bin Sehr viel Äh Nicht zu Hause Deshalb kommen auch Unglaublich wenige Videos immer Weil ich echt Nicht wirklich viel Zeit habe Jetzt gerade in der letzten Woche Äh Haben wir in der Berufsschule Sehr viele Arbeiten geschrieben Musste lernen Nebenbei arbeiten In der Arbeit hatten wir Sehr viel zu tun Und ähm So hat sich das jetzt hingezogen Da ich jetzt erst Heute ist Freitag Für euch ist Samstag Äh Dass ich jetzt erst wirklich Um 23 Uhr 31 Dazu komme Ein Video zu machen Und das ist ein Hauptgrund Der mir persönlich An der Arbeit So ein bisschen Auf die Nerven geht Und zwar die Zeit Die Drin steckt Arbeiten Heißt 8 Stunden Am Tag Arbeiten Klar Wenn ihr jetzt in der Schule Lange Schule habt Dann ist das Sagen wir bis um 4 Wenn ich aber schaue Ich bin von 9 Uhr Bis um Ähm Bis um 18 Uhr Arbeite ich Und dann muss ich noch Insgesamt Bin ich noch 2 Stunden unterwegs Also bin ich 10 Stunden Jeden Tag weg Außer An 2 Tagen Wo ich halt Schule habe Und das ist denke ich schon Ein krasser Unterschied Zur Ähm Lol 2, 4 Was ist jetzt los Äh Zur Ähm Schule Weil in der Schule Hat man einfach Diese Ähm Man geht zur Schule Klar Es ist auch zum Teil Lange Schule Aber man kann in der Schule Wenn man mal Nicht seinen Tag ist Oder so Kann man einfach In der Schule sitzen Einfach ein bisschen zuhören Sich berieseln lassen Quasi vom Lehrer Was der da erzählt Ähm Und in der Arbeit Ist es halt so Man muss jeden Tag 100% geben Und selbst wenn du Nicht gerade Viel Bock hast Oder Stress hast Oder sonst irgendwas ist Du musst Deine Leistung bringen Und äh Das ist in der Schule In gewisser Maßen Auch so Aber meiner Ansicht Nach Nicht so krass Wie es in der Arbeit ist Oder halt Im Berufsleben Ähm Dazu könnt ihr Echt gerne eure Äh Vorschläge Oder eure Meinung Lol Äh Mal in die Kommentare Schreiben Weil das würde mich Echt interessieren Was ihr davon haltet Findet ihr Schule besser Oder Arbeit Freut ihr euch schon Auf Ausbildung Studium Oder was auch immer Ähm Das könnt ihr gerne In die Comments schreiben Wenn ihr möchtet Und äh Ja Ich würde sagen Wir laufen jetzt hier Noch ein bisschen rum Und mal in Punkte Was auch noch in der Zwischenzeit passiert ist Das wissen alle Die auf Facebook Mit mir Befreundet sind Beziehungsweise Meine Facebook Page Geleiter Und zwar Habe ich jetzt Endlich die 90.000 VP Zusammen Ähm Unglaublich Aber war Ich finde es Echt episch Weil 90.000 Das war schon Ein langes Ziel Von mir Mein Ziel ist Das kann ich jetzt So offen mal Sagen Mein Ziel sind Die 100.000 VP Warum Es gibt eine Gruppe In BFH Die nennt sich Der 100.000 VP Club Ich glaube Da sind aktuell 23 Leute drin Man muss im Forum Ein Screenshot posten Wie viele VP Man hat Um erstmal reinzukommen Und ähm Da sind dann so Leute Wie beispielsweise Kraxel Der ja Weltrangliste Platz 8 ist Der hatte da Netten Screenshot Wo er über 400.000 VP hat Ich konnte es kaum glauben Weil ich das Bild gesehen habe Ähm Unglaublich Und ich würde sagen Auf dem Server geht nichts mehr Also 4-4 ist jetzt nicht Die Mörder-KD Aber es ist ja egal Davor die Runde war Glaube ich 12-2 Also passt das schon Und ja Hier seht ihr es 90.000 Yeah Richtig geil Und viele hatten mich So schon gefragt Wie schaffst du das So viele VP Zusammen zu kriegen Ich kann es euch sagen Und zwar Missionen Ich habe zum Beispiel Bei dem Helm Die Tagesmission Heute war Mache 200 Schaden Mit einem Fahrzeug Und das sind So geschenkte 75 VP Die bekommst du Nicht einfach so Sondern musst du Halb machen die Mission Aber hast sie dann auch Und was mein Tipp auch noch An alle ist Die vielleicht irgendwie Sich VP Waffen holen möchten Oder so Spart die VP Und macht beim War Room mit Weil wenn ihr Glück habt Gewinnt euer Team Also die Royals Oder die Nationals Und dann gibt es halt wirklich Je nachdem welcher Rang Ihr seid Wirklich viele VP Und wenn ihr dann noch Premium habt Dann ist es noch besser Weil dann bekommt ihr Statt 75 VP Für die Tagesmission Bekommt ihr Unglaubliche 150 Und Ja Das ist Das Outfit Ich kann es euch vielleicht Nochmal kurz zeigen Für alle die Die es noch nicht Mitbekommen haben Ich weiß gar nicht Wo ist denn die Hose Genau hier Und Die gute Hose Ne die nicht Sondern die Genau das war das Outfit Was es jetzt aktuell Noch für 4000 Pfunds gibt Ich weiß es sind Nicht viele Items Aber ich persönlich Finde die Items Ziemlich cool Gerade so kombiniert Wie ihr es gerade gesehen habt Und ich würde sagen Schreibt eure Meinung Zu Arbeit Oder Schule Was ist besser Mal in die Kommis Und ich würde sagen Euch noch einen schönen Tag Macht's gut Und Ciao Tschüss Tschüss